Servus Freunde des Ballsports. Borussia Dortmund ist ja wirklich bekannt dafür, Spieler, die den Verein verlassen haben, später nochmal wieder zurückzuholen und versuchen, diese neu aufzubauen. Einige Beispiele dafür sind ja Mats Hummels, Mario Götze, Shinji Kadaver. Es sind nur drei der Namen, die den Weg zurück nach Dortmund gefunden haben. Und jetzt könnte es eben sein, ihr habt zum Titel gelesen, dass Christian Pulisic zu Borussia Dortmund zurückkehrt. So zumindest heißt es in diversen Medienberichten. Pulisic hat ja gestern noch das 1-0-Siegtor geschossen und so die USA ins Achtelfinale der... Wir haben in Katar gebracht, sie treffen jetzt am 3.12. auf die Niederlande. Aber was viel interessanter ist, ist das, was die BILD berichtet. Denn die BILD berichtet, dass der US-Amerikaner ist offen für eine Rückkehr zu Borussia Dortmund. Bei BVB müsste der 24-Jährige dann auf jeden Fall auf einen Teil seines Geistes verzichten. Bei Chelsea verdient er wohl nach dem Vernehmen der BILD-Zeitung ca. 10 Millionen Euro. So viel könnte man ihn bei Borussia Dortmund auf jeden Fall nicht zahlen. Wie so eine Rückkehr ablaufen sollte, das ist natürlich noch nicht so ganz klar. Unter anderem sind natürlich noch mehrere Klubs an ihm dran. Manchester United hat mal nachgefragt, der FC Arsenal, auch Newcastle United. Er kommt in 133 Spielen für Chelsea auf 47 Torbeteilungen. Von daher ist das jetzt auch nicht so schlecht. Aber die Frage ist natürlich, ob jetzt Borussia Dortmund da viel für ihn zahlen würde. Gehe ich mal stark davon aus, dass es nicht so ist. Sein Vertrag läuft auch schon in 2024 aus. Also spätestens im nächsten Sommer muss man eben eine fixe Entscheidung über seine Zukunft treffen. Möglicherweise passiert auch erstmal jetzt im Winter eine Laie oder sowas. Das könnte ich mir alle sehr, sehr gut vorstellen. Denn bei Borussia Dortmund ist man ja auf den Flügeln, ja, jetzt nicht dünn besetzt. Aber jetzt auch nicht so wirklich Weltklasse. Man hat da unter anderem Reina, der da immer mal reinkommt. Marco Reus ist viel verletzt. Adeyemi bringt nicht das, was man sich erhofft hat. Also so eine Laie von Christian Pulisic würde ich auf jeden Fall positiv entgegensehen. Was man aber aktuell noch nicht weiß, was Borussia Dortmund zu dieser möglichen Rückkehr von Christian Pulisic denkt. Beziehungsweise auch in welcher Form man das Ganze realisieren sollte. Wie gesagt, solide Scorer-Werder hat er, ähnliche Scorer-Werder hat er damals auch bei Borussia Dortmund. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze noch entwickeln würde. Was meint ihr? Pulisic, zurück zum BVB, passt das? Oder meint ihr, das wird eher nichts? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.